Die Kreuzfahrtbranche ist von der Corona-Krise hart getroffen. Die Schiffe liegen in den Häfen. Wann es wieder losgeht, ist ungewiss. Darunter leiden auch die Werften im Norden, die solche Pötte bauen. So wie hier die MV-Werften. Ihnen geht das Geld aus, sie kämpfen quasi ums Überleben. Die Landesregierung hat heute grünes Licht für weitere Hilfen gegeben. Es geht darum, dass wir einerseits einen ersten Meilenstein freimachen. Das heißt, 175 Mio. Euro freimachen für die Werften, für die Bezahlung von offenen Rechnungen, aber auch für den Betrieb der Werften und natürlich auch Gehälter etc. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Werften, alle drei Standorte des Nord-Ostdorf und Streisung, auch zukünftig im Kreuzfahrtschiffbau eine Perspektive haben. Wir sind zuversichtlich, dass es zukünftig wieder möglich sein wird, dass Kreuzfahrten gemacht werden auf der ganzen Welt. Ja, so die Kommentare heute. Aber ist das wirklich so? Kann man nahtlos an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen? Und lohnt es sich tatsächlich, so viel Geld in die Kreuzfahrtbranche zu pumpen? Bei einer Rundfahrt durch den Hamburger Hafen bekommt man dieser Tage Außergewöhnliches zu sehen. Geplatzte Träume aus weißem Stahl. Hier liegen Traumschiffe. Die hat es ja nun bitterbös erwischt. Triaida Blue, 252 Meter lang, exakt 32 Meter breit. Sie bietet Platz für 2150 Gäste. Die 2150 zahlenden Gäste sind im Moment alle weg. Aber die Branche sagt, bald werde es wieder aufwärts gehen. Die Buchungen fürs nächste Jahr laufen angeblich gut. Zuversicht auch beim Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Norbert Brackmann meint, der wirtschaftliche Erfolg werde wiederkommen. Wir können einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Jahren, beinahe Jahrzehnten, die Kreuzfahrtbranche immer mehr Freunde in der Bevölkerung gewonnen hat. Europa ist mittlerweile und in Europa wiederum Deutschland der größte Kundensteller für die Kreuzfahrt. Das heißt, das ist ein sehr beliebtes Urlaubsvergnügen, ganz offenbar. Die große Frage, gilt das noch immer, trotz Corona? Leise Zweifel bekommt man, wenn man sich beim Publikum umhört. Wenn die wieder fahren, würden sie mitfahren? Nein. Wir haben gerade eine Kreuzfahrt gecancelt. Anfang Mai ist abgesagt worden. Und ich hätte jetzt auch wirklich Angst, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde es nicht mehr machen. Ich denke, das Risiko ist erhöht. Auf so kleinem Raub, in Anführungsstrichen. Aber wie will man sich auf dem Kran großartig aus dem Weg gehen? Früher sagte man, das einzige Risiko bei Kreuzfahrtschiffen sei, wenn es brennt jetzt mit so vielen Passagieren. Und heute haben die Erfahrung gezeigt, gut, wenn eine Epidemie ausbricht, dann ist man lange an das Schiff gefesselt. Das haben wir in der Vergangenheit jetzt gesehen. Und ich glaube, dass da doch gewisse Vorbehalte sind, solche Reise wieder neu anzutreten. Das kann ich absolut verstehen. Denn ich meine, die Berichte sind ja noch relativ frisch von Passagieren, die eben über Wochen zum Teil an Bord geblieben sind, die nicht angelandet werden konnten, weil die Häfen die Schiffe nicht haben wollten und so weiter. Dieses Vertrauen wieder aufzubauen oder gar zu behaupten, dass so etwas nicht wieder vorkommt, das wird schlechterdings nicht möglich sein. Walter Krombach ist ein erfahrener Kenner der Branche. In seinem Berufsleben hat er selbst Kreuzfahrten organisiert. Das Virus werde das übliche Bordvergnügen noch lange lahmlegen, meint er. Dieses Entertainment an Bord, was ja Nähe auch erfordert, vom Essen an größeren Tischen angefangen, bis zur Abendunterhaltung, bis zu den Events an Bord. Und wenn ich jetzt weitergehe, die neuesten Schiffe, die ja zum Teil sogar dann Achterbahnen oben auf dem obersten Deck haben, all das kann man sich unter den momentanen Voraussetzungen schlicht allerdings nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich glaubt, dass in absehbarer Zeit der Boom nahtlos fortgesetzt werden kann. Bis auf Weiteres dümpelt die Weltkreuzfahrtflotte herum. Insgesamt 400 Schiffe. Und was machen die deutschen Werften? Sie bauen noch mehr Kreuzfahrtschiffe in Mecklenburg-Vorpommern und im niedersächsischen Papenburg. Was das Überangebot zu einem richtig großen Problem macht, in den Schiffen steckt nicht bloß deutscher Stahl, sondern auch deutsches Geld. Auch der vermeintliche Boom vor Corona war erkauft mit Milliardenkrediten der Staatsbank KfW. Und außerdem einer staatlichen Exportversicherung. Es stehen insgesamt im Feuer Versicherungen in einem Wert von 25 Milliarden Euro rund. Sie haben gesagt, wir stehen mit 25 Milliarden Euro im Feuer. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau beziehungsweise die Tochter KfW IPEX eben eine Gesamtversicherungssumme von 25 Milliarden hat. Und die muss natürlich bedient werden. Also vereinfacht gesagt, der deutsche Steuerzahler steht mit 25 Milliarden Euro für Kreuzfahrtschiffe, die bestellt wurden, ein. Die auf deutschen Werften bestellt wurden. Die sichert er ab gegen wirtschaftliche, politische und Währungsrisiken. Und gibt es da ein Ausfallrisiko? Hat es bisher nicht gegeben. Bisher war das eine reine Verdienstgeschichte. Ob das jemals eine Verdienstgeschichte geworden wäre? Seit Corona nicht mehr zu klären. Nun droht das Gegenteil. Die Branche könnte zum Milliardengrab für deutsches Steuergeld werden. Die Grafik zeigt, wie sich Deutschland in das Geschäft verstrickt hat. Die staatliche KfW-Bank gibt den ausländischen Rädern, etwa in Miami oder Hongkong, Kredite. Damit kaufen die Konzerne deutsche Schiffe aus Wismar oder Papenburg. So sollen deutsche Arbeitsplätze erhalten werden. Im Moment schmilzt die Liquidität der Kreditnehmer weg. Wenn die Konzerne die Kredite nicht zurückzahlen können, muss der deutsche Steuerzahler einspringen. Mögliche Gesamtschadenssumme 25 Mrd. Euro. Wie dramatisch die Lage ist, kann man im niedersächsischen Wirtschaftsministerium erleben. Vertreter der Meierwerft sprechen in Hannover vor, bitten um verstärkte finanzielle Unterstützung durch die Politik. Der Kreuzfahrtschiffbau befindet sich in der größten Krise seit seinem Bestehen. Und die Krise ist massiv. Und wir sind dabei, gerade die Karten zu sortieren. Wir befinden uns noch mitten in der Krise. Und es ist noch nicht absehbar, dass diese Krise auch aufhört. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann signalisiert Hilfsbereitschaft. Warum muss die Kreuzfahrtbranche gerettet werden? Deutschland sollte ein Interesse haben am Werftenstandort Deutschland, weil wir damit ansonsten eine Kernkompetenz auch unserer Werftenindustrie an der Küste verlieren würden. Insofern haben wir ein nachhaltiges Interesse, ob nun in Mecklenburg, in Schleswig-Holstein oder auch in Niedersachsen, dass die Werftenstandorte gestärkt werden. Ich glaube, das gehört im Übrigen auch in ein Wiederaufbauprogramm der deutschen Wirtschaft nach Überwindung der Corona-Krise. Aber muss man auf Werften unbedingt Kreuzfahrtschiffe bauen? Die Politik hält daran offenbar fest. Die Meierwerft hat nach eigenen Angaben einen frischen Kredit über 200 Millionen Euro mit der Staatsbank KfW vereinbart. Und die Bundesregierung bewilligt weitere Corona-Hilfen, etwa einen Aufschub der Rückzahlung der früher gewährten Milliardenkredite. Schuldenurlaub, so der putzige Name. Erstmal ein Jahr lang brauchen die Konzerne die Milliardenkredite aus Deutschland nicht zu bedienen. Deutschland wolle so verhindern, dass die 25-Milliarden-Versicherung fällig wird, sagt der maritime Koordinator. Jetzt haben wir akzeptiert, dass zwei Raten gestundet werden, also in diesem Jahr nicht fällig werden. Also die Kreuzfahrtredereien brauchen diese Raten zweimal nicht zu bezahlen? Erst verspätet zu bezahlen. Um wie viel Geld geht es da? Die Raten, die fällig werden, haben einen Wert von ca. 1,5 Milliarden Euro. Die Hilfen, die jetzt fließen, könnte das ein Fass ohne Boden sein? Oder wie schätzen Sie das ein? Ich könnte das, ich fürchte das. Ich fürchte, dass es ein Fass ohne Boden ist, weil eben tatsächlich damit der ein oder andere nicht wirklich gerettet werden kann. Corona hat die Kreuzfahrtblase platzen lassen. Für die Allgemeinheit droht es teuer zu werden. Wir sind eins. ARD 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 ARD